Es wird dir heute gesprengt, Blackjack. Timmy, nein! Oh mein Gott, jawoll! Für den Alpha Clan! Ich hab dir gesagt, ich werd was sprengen, Blackjack. Das hast du davon! Bleib weg, ansonsten spreng ich. Wir reden jetzt. Nein! 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 Mich hier die ganze Zeit hast du dir Stress gemacht und so. Wolltest nicht, dass ich hier was mach und so. Das kommt davon, Junge. Wir können das den ganzen Tag machen, ey. Yo! Was geht ab, YouTube? Blackjack wieder mit einem neuen Minecraft-Video am Start. Oh, Leute! Wir werden uns jetzt mal ein bisschen ausrüsten. Und zwar, ich hab hier schon ewig lang, also ihr seht's an den Leveln, ich hab an unserer Creeper-Farm, die Candy und ich gebaut haben, schon extrem viel Schwarzpulver gefahren und hab mir auch schon extrem viele Raketen hier gemacht. Weil die brauchen wir immer wieder. Vor allem, wenn's gegen Lofty geht, der immer abhaut. Ich hab auch noch eine geheime Kiste, die ich euch jetzt nicht zeigen werde. Da ist TNT drin. Und ich würd mal sagen, wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen weitermachen und gehen jetzt mal zu unserer, ja, Creeper-Farm und werden, ja, noch ein, zwei kleine Sachen machen, werden da noch ein bisschen was farmen und dann, ja, gucken wir mal, was der Tag so bringt. Bis jetzt fängt er ja tatsächlich echt mal ruhig an, was mal wirklich entspannt ist. Ja, mal hoffen, dass das auch so bleibt und nicht, dass wir wieder irgendwie den Alpha-Clan treffen oder sonst irgendwas, weil das ist ja wirklich, also, irgendwann, ja, ist es mir wirklich leid. Wer hat hier geschossen? So, hier ist die Creeper-Farm. Ich hol jetzt einmal schon mal, äh, mein Plünderungsschwert und meine Schaufel repariere ich mal. Ich hab nämlich auch Sand gefarmt für das TNT. So. So machen wir jetzt natürlich dann wieder unser Zeug voll. Können wir mal gucken. Zwei. Da ist noch nix drin. Gut. Hab ich vorher noch alles leer gemacht. So, Leute. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich klopp da noch ein paar weg und, ähm, ja, wir sehen uns dann, würde ich sagen, wenn wir fertig sind, wieder und dann geht's weiter. So, meine Freunde. Ich würde mal sagen, äh, ja, es reicht jetzt. Wir machen jetzt hier die letzten paar noch tot und dann, ja, hätte ich gesagt, haben wir genug gefarmt. Die Schaufel ist auf jeden Fall voll. Level haben wir auch was dazu bekommen. Jetzt holen wir uns noch das Schwarzpulver. Oh, das ist auf jeden Fall auch einiges wieder. So. Guckt an, Leute. Wir haben auf jeden Fall wieder einiges an Schwarzpulver gefarmt. So. Wo seid ihr Himmels? Wo seid ihr Himmelsnoobs? Ah, willst du mir jetzt erzählen, dass Timmy wieder da ist? Warte mal, Leute. Wir sind ja ganz in der Nähe. Ich würde mal sagen, wir fliegen da mal vorbei, ganz schnell. Bevor Timmy wieder irgendeinen Müll jetzt baut. So. Da ist die Base. Oh, nee. Da ist wieder TNT. Wir bauen das schnell ab. Timmy. Ja, ich mach das weg. Hey, du bist zu Amir. Ich bin nicht Amir. Du bist gar nicht Amir. Aber, hä, nein, du bist doch Blackjack. Ja. Hey, Blackjack, was machst du da? Hallo. Was machst du da schon wieder? Lass doch mal die Sachen jetzt hier. Ich hab mein eigenes Bier mit denen zu rupfen. Das wird dir heute gesprengt, Blackjack. Timmy, nein. Ich will aber einen Monatenspaß für die ganze Familie, Mann. Das sollte hier alles gesprengt werden. Es wird jetzt hier aber nichts gesprengt. Warum soll hier nichts gesprengt werden? Das entscheidest du doch gar nicht. Du bist doch gar nicht bei den Himmelskriegern, oder doch? Ja, nee, bin ich nicht. Aber es reicht doch irgendwann mal. Bro, immer wenn ich irgendwas bei denen machen will, wenn ich rechnen will, dann kommst du um die Ecke und tust dann auf denen. Ja, ich bin ja nicht bei den Himmelskriegern, aber ich tue mich trotzdem dazwischenstellen. Denn auf welcher Seite bist du, Blackjack? Timmy, es geht nicht um irgendeine Seite. Es geht einfach mal darum, dass jetzt einfach mal langsam genug ist. Was für genug? Wieso entscheidest du das? Wie lange möchtest du das Ganze denn noch machen? Ich entscheide das so lang, bis hier auf jeden Fall ein Machtwort geredet wurde und es wurde noch kein Machtwort geredet. Ja, dann nimm das als Machtwort. Das reicht jetzt. Was? Dieses Rumschießen soll mir als Machtwort reichen? Was für... Nein! Was für Rum... Ich muss heute was sprengen. Heute wird gesprengt, Blackjack. Ja, dann geh zu deinem Zahnarzt und spreng den in die Luft. Hä? Wieso mein Zahnarzt? Was hat das damit zu tun, du Idiot? Ich will das hier sprengen. Du kannst gar nichts machen. Ich werde das jetzt... Mal, Blackjack! Ja, es reicht jetzt. Das geht so nicht, ey! Nein! Ich will sprengen, Mann! Die haben bei uns ein Würde einfach so hin platziert. Ja, dann guck mal. Geh da... Das geht doch nicht. Guck mal, Timmy. Geh mal da runter, ungefähr da hin. Und dann? Und dann spreng da unten ein paar Inseln in die Luft. Was hältst du denn davon? Wo soll ich hingehen? Ich seh das da unten nicht. Ah. Hier. Wo denn? Ah! Oh, da! Oh, nein! Oh. Oh, oh, oh. Ich Idiot. Nein, 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 nein. Ich Idiot. Jetzt hab ich das auch noch... Och, nein! Du hast mich abgedenkt, Blackjack! Tja, selber schuld. Ja, selber schuld, Mann. Ich will aber nicht, dass du hier bist, Mann. Erzähl mir jetzt... Guck mal, Timmy, hier. Guck mal, Timmy. Was hast du da? Hier. Zack, kannst du sprengen. Hä? Jetzt springt gleich die... Warum ist hier ein X? Warum ist hier ein X, Blackjack? Weiß doch ich nicht. Ich wohne hier nicht. Bro, wenn hier die Base ist, ne? Wenn hier die Base ist, ich werd jetzt schon... Hä? Weißt du was? Ich werd schauen, ob hier die Base ist. Was für eine Base? Wie welche Base? Die Unterwelt-Base von denen. Ich werd jetzt schauen, ob die da ist. Wir finden jetzt die geheime Base von denen. Du weißt wahrscheinlich, das sind die... Das wär so krass, ne? Das sind die Himmelskrieger und nicht die Untergrundgangster. Ja, aber die haben noch Unterwasser-Base und die ist hier irgendwo. Ich weiß, dass sie hier irgendwo sein muss. Timmy, die werden hier mit... Hier ist ein Eisengolem. Ja, der ist wahrscheinlich von da oben runtergefallen, schätze ich mal. Nein, hier sind doch voll viele Eisengolems. Hier ist bestimmt irgendwas. Die Eisengolems sind hundertprozentig von der Insel runtergefallen. Wo bist du denn? Ja, das sagst du. Ich glaub dir aber nicht. Guck mal, hier ist sogar ein Hund. Hier. Was ist? Hier ist sogar ein Hund. Hier. Ja, schön, dass hier ein Hund ist. Mir doch egal. Bro, du hast meinen ganzen Plan kaputt gemacht, Blackjack. Ich feier das gar nicht. Ja, doch. Ist es aber mal gut. Und der Hund ist nämlich auch von da oben. Aber pass auf, weißt du, was eine richtig gute Idee ist? Pass auf, weißt du, was eine richtig gute Idee ist? Was denn ist eine gute Idee? Komm mal hierher. Komm mal hierher. Nee, warte. Ich muss hier nochmal einmal TNT hinterzieren. Kann sein, dass ich wirklich jetzt die Base finde. So. Ach, Timmy. Was denn? Das kann halt wirklich sein, Mann. Hier ist so ein X einfach so. Das X hat mit Sicherheit irgendwas von da oben zu tun. Aber pass mal auf. Komm mal hierher. Was denn? Was soll denn da sein? Stell dich mal vor den Eisengrolem und hau den mal und sag dem, er soll dir verraten, wo die Base ist. Bro, ich bin doch nicht doof. Der greift mich an. Mach du das doch. Ja, wieso? Ich will es ja nicht wissen. Warum ich gucke das nicht? Hä? Dann greife ich den halt an. Und jetzt? Ja, du musst dich ja vor den stellen und den fragen. Ja, Eisengrolem, hallo, wo bist du? Wow, wow, richtig stark, Blackjack. Super stark, ey. Haha, witzig, haha. Blackjack hat einen richtigen Witz rausgehauen hier. Blackjack kann sich nämlich nicht entscheiden, ob er jetzt da ist oder nicht, ne? Ich bin nicht bei denen. Nein, bin ich nicht. Ich bin bei niemandem immer noch. Du sagst mir jetzt sofort, was dein Plan ist. Ich wollte da oben das sprengen. Warum sagst du, ich soll das nicht sprengen? Ganz einfach, weil es doch genug gesprengt worden ist. Bro, die haben einen Witter bei uns gespawnt, bei der Alpha City. Die haben eine neue aufgebaut. Das habe ich nicht gesehen. Das kann ich nicht bezeugen. Okay, kannst du vielleicht das bezeugen? Ähm, ja. Ja, okay, sehr gut. Timmy, ist scheißegal. Lass Hauptsache das Ding da oben in Ruhe. Leute, was ist los mit Timmy? Ey, warum um alles in der Welt will er hier immer alles zerstören, ey? Ich verstehe es nicht. Ich werde schön hier was sprengen. Genau hier, Blackjack. Nein, oh, oh. Ja, genau, genau da. Ich bin nicht geflogen. Ist aber auch egal. Wir werden hier jetzt diese Ecke werde ich sprengen. Du wirst nichts dagegen machen können. Oh mein Gott, jawohl! Für den Alpha-Clan! Das gibt es nicht. Ich habe dir gesagt, ich werde was sprengen, Blackjack. Das hast du davon. Ach man, Timmy, warum? Was denn, hä? Warum, Timmy? Was willst du machen, Blackjack? Ja, mit deinem Pfeil kannst du eh nicht treffen, Junub, ey. Okay, das war ein bisschen dumm. Ach man, jetzt hat er mich auch noch getroffen. Ja, Timmy. Ich bin Profi am Bogen. Ich bin absoluter Profi am Bogen. Wo du Profi bist, ist, äh, um falsch zu sein, Blackjack. Boom, Junge! Headshot! Haha! Ach, Timmy. Komm, lass das doch richtig machen, hä? Wo bist du denn? Ich bin hier, aber ich kämpfe jetzt nicht an mit Bogen. Ich kämpfe jetzt so, mit Schwert, Junge, hä? Haust du ab, oder was? Warte mal, dann ziehen wir unsere richtige Rüstung an. Dann machen wir das eben so, ey. So, richtige Männer kämpfen wir jetzt, Blackjack, ne? Okay, dann komm. Schön, das habe ich rechts, hä? Oh, 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 oh. Das war nicht gut. Ich glaube, Blackjack wird jetzt richtig sauer. Aber soll er sauer sein, ist mir egal. Ey, ich sehe hier oben nicht mal... Ich sehe hier nicht mal den Rand von diesem blöden Ding hier. Haha, wie du siehst den Rand nicht, hä? Blackjack, wieso siehst du denn da keinen Rand? Ich check's nicht. Ja, weil ich den Rand nicht sehe. Aha, oh, nicht getroffen. Nicht getroffen. Eierloch, Eierloch. Haha, guck mal. Ich treffe wieder und wieder. Okay, den habe ich jetzt nicht getroffen. Aber den habe ich getroffen. So, da nennt sich wieder ein Goldapfel. Das können wir nicht... Es reicht jetzt. Ich werde Timmy jetzt einfach weghauen. So. Warum habe ich ein Boot auf einmal dabei? Ich sage euch ehrlich, das, was ich gemacht habe, ist das Mindeste, ey. Diese kleine Ecke ist doch nichts zu dem, was die gestern bei uns gemacht haben. Die haben nämlich gestern eine komplette Eifer-Tan, die hast du weggemacht. Ja, merkst du selber, ne? Pass auf, Blackjack, mir reicht's mit dir. Weißt du, was ich machen werde? Komm, Timmy. Bro. Nein, mir reicht's. Bro, du griffst mich die ganze Zeit an. Versuchst dich hier auf irgendwie Low-Key-Basis hier durchzuschmuggeln. Ich werde jetzt folgendes machen. Dein Haus wird brennen. Was, mein Haus? Scheiße, Leute, ich muss... Der wird jetzt nicht schon wieder mein Haus sprengen. Ich habe das heute erst repariert, Mann. Ey, Leute, wir fliegen schnell zu unserem Haus hin und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, wir sind jetzt gleich da. Ich hoffe, ich komme nicht zu spät. Da ist Timmy. Timmy. Letztes Mal kam doch Lofty und dann hat er irgendwie so gemacht und dann so... Blackjack, bleib da drüben, bleib da drüben, Blackjack. Bleib da drüben, bleib weg, ansonsten spreng ich. Wir reden jetzt. Timmy. Wir reden jetzt, Blackjack. Wehe, du greifst mich an. Mach das TNT weg. Ich werde nix machen, Blackjack. Dann? Aber wir reden jetzt. Ja, dann red. Wir reden jetzt. Wenn du schießt, du triffst das TNT-Block, das weißt du, ne? Nein, ich treff dich. Jetzt treff ich das TNT. Ja, komm, dann mach, komm, dann... Ja, Timmy, was willst du reden? Los. Ich will, dass du dich raushälst von den Himmelskriegern und wie die alle heißen. Halt dich raus da. Ich möchte aber weder, dass ihr Krieg mit denen habt, noch dass sonst irgendjemand Krieg hat. Ach, du willst keinen Krieg? Dann sag denen, dass die aufhören sollen, unsere Base kaputt zu machen. Und die sollen sich endlich entschuldigen. Ich will nix weiter als eine Entschuldigung. Ich will nix weiter als Unterwerfbuch. Verstehst du das? Timmy, dann muss aber auch ihr aufhören, bei denen was zu machen. Du warst ja gerade eben schon wieder dort. Wie? Ja, was? Du musst aufhören. Wieso soll ich aufhören, hä? Die haben doch die ganze Zeit Stress gemacht. Und jetzt kommst du und stellst dich wieder dagegen. Das ist ganz einfach. Wenn du keinen Stress mehr machst und nix mehr sprengst, dann werden die auch nicht von sich aus kommen. Das sagst du, Blackjack. Das ist so. Das folgt einfach nur jedes Mal eine Reaktion auf eine Aktion. Ja, aber welche Position hast du denn, Blackjack, hä? Welche Position hast du denn, dass du mir das versprechen kannst? Wieso redet nicht einer von den Chefs mit mir, hä? Wie zum Beispiel Avaif oder Amir oder ein Stani, der irgendwie bei allen ist, der irgendwie bei einem Lotus Loser klein ist und bei den Himmeln noobs, hä? Das ist ganz einfach. Weil ihr... Die kommen nur und zerstören. Ja, aber ihr habt jedes Mal, wenn ihr euch trefft, ist Krieg. Ach so, und deswegen soll es jetzt hier keinen Krieg mehr geben, oder wie? Deswegen soll ich jetzt hier den Kürzeren ziehen, oder wie? Und du misch dich wieder ein. Was denkst du eigentlich, Blackjack? Was glaubst du, wenn du bist, Junge? Ha, das kommt da vorne. Uppschönung! Jawohl! Feuerwerk! Wuhu! Ha, ha, ha. Tut mir leid, Blackjack. Ja, tut dir leid, ist klar. Aber leg dich nicht mit dem Alpha Clan an. Leg dich niemals mit dem Alpha Clan an. Ha, ha. Alpha Clan. Ach, komm. Alpha Clan. Alpha Clan. Ja, Timmy, und was denkst du, was jetzt passiert? Wie? Was soll denn passieren? Jetzt passiert gar nichts mehr. Jetzt gehen wir alle getrennte Wege. Und die haben hier... So, Leute, wir machen da jetzt gar nicht lang rum. Ich fliege jetzt da rüber. Hab zwar das Haus selber gebaut, aber ich... Das ist mir wurscht. Ich hau jetzt einfach den seiner Bude weg, auch wenn ich sie selber gebaut hab. Aber, ey, das... Nee. Das kann einfach nicht sein. Das ist doch... Das ist doch ultra nervig. So, wir müssen nur schneller sein wie Timmy. Wir essen auch schon mal schnell was. Lass uns voll heilen bis dahin. So. Ich lass mal kurz nach oben. Ist Timmy hier irgendwo? Oh, der ist hinter mir. Blackjack, hör auf. Was willst du hier machen? Ja, Timmy. Was denkst du? Was? Hä? Bro, das ist mein Haus. Hallo. Ach, und das ist eben mal nicht mein Haus, oder was? Ja, Bro. Bro, äh, das ist hier die Alpha-Insel. Das ist, äh, Sicherheits-Territorium. Du kannst hier nicht einfach was sprengen. Das geht nicht. Hör jetzt auf, Blackjack. Das ist mit Sicherheit-Territorium. Bro. Jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Das ist... Nein. 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 So, Timmy, merkst du was? Auf ne Aktion folgt ne Reaktion. Bro. Ne Aktion folgt ne Reaktion, wirst du mir jetzt sagen, ne? Ja. Ne Aktion folgt ne Reaktion. Ah ja, komm. Blackjack, hä? Wer hat denn jetzt grad wieder gesprengt, hä? Du bei mir? Was macht denn hier jetzt hier? Bro, du hast doch mich hier die ganze Zeit, hast dir Stress gemacht und so, wolltest nicht, dass ich hier was mach und so. Das kommt davon, Junge. Wir können das den ganzen Tag machen, ey. Ach, meinst du? Aber... Ja, mein Bogen ist genauso stark wie deiner. Das macht gar keinen Unterschied. Mir ist das egal. Aber merkst du was? Ich hab dich aufgehalten. Bro, das ist ein Six-House, ey. Das war aber nicht von mir. Bro, warst du das, Blackjack? Nein. Sei ehrlich, warst du das? Nein, hast du doch grad eben gesehen. Weißt du, wer das war? Ne, tatsächlich nicht, aber schau schick aus. Bro, immer an dem Lever irgendwas bauen, dann wird das gesprengt. Ich check's nicht, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Und was ist mit dem Haus hier eigentlich? Wem gehört das? Was steht hier? Oh, du Manns Haus. Ja, wenigstens steht das Haus noch, ey. Das ist eigentlich ganz schön. Ja, ey. Du hast Todriss verboten. Du bist nicht im Eiferklang. Verschwinde jetzt, Mann. Ich will nichts davon dir wissen, ey. Und weh, du sprengst das Haus, ey. Erreichst mir aber komplett, Mann. Ach, Timmy. Was willst du? Jetzt verzieh dich, Mann. Wir haben jetzt genug geredet. Ich hab keine Lust mehr auf dich. Bro, du kommst hierher. Zerstörst hier alles, Mann. Timmy, du hast doch bei mir am Anfang... Ja, du hast... Siehst du? Ja, Bro, ich hab ein TNT bei dir gezündet. Ein TNT bei den Himmelsregeln. Und du machst mein ganzes Haus kaputt. Naja, hast du das Loch vorher mal gesehen? Ja, Bro, richtig cool, Mann. Ich hab wieder kein Haus. Jetzt ist Timmy wieder Obdachlust. Und was ist das eigentlich hier für eine Bruchbude? Weiß ich nicht, dein neues Haus? Ja, super. Haha, witzig, ey. Richtig witzig, Blackjack. Jetzt zieh zu, dass du Land gewinnst, ey. Ja, ich werd dein Haus morgen auch kaputt machen. Ist mir egal. Wenn du weiter so frech bist, ey, dann gibt's richtig Ärger. Ach, Timmy. Lern doch einfach mal... Guck mal, hättest du jetzt nicht bei den Himmelskriegern angefangen, irgendwas zu machen? Ja, was wär dann? Was wär dann, Blackjack? Ja, merkst du was? Dann wär gar nichts. Bro, dann hätte ich... Dann hätte ich... Dann hätte ich mein Gesicht verloren. So ein Ding wär das. Ich hätte mein Gesicht verloren. Weil die ein Wither bei uns gespawnt haben. Die machen die ganze Zeit Stress, ey. Blickst du das, Blackjack? Aber dann sei du doch einfach der, der nachgibt und nicht der, der jedes Mal das Chaos weiterführt. Warum soll ich nachgeben, wenn die die ganze Zeit auf mich gehen, hä? Sag mal... Checkst du, das macht keinen Sinn, Bro. Hör doch jetzt mal auf mich immer abzuschießen. Alles gut, ich werd nix machen, ich werd dich nicht mehr schießen. Nö, du wirst morgen sehen, was passieren wird. Alles gut. Ich wünsch dir hiermit einen schönen Tag, Blackjack. Timmy, und dann... Du kannst auch deine Gold-App veressen und so. Und dann passiert genau das. Ja. Es geht nämlich dann wieder weiter. Ja, ja, alles gut. Weißt du was? Ich werd so lange nicht mehr, bis das Serveradmin kommt und mal hier in Wachtwort spricht. Weil der wird dann nämlich euch zusammenscheißen. Nicht mit. Uns. Aber ich wünsch dir einen schönen Tag, Blackjack. Hau rein, mir reicht's nämlich, ey. Tja. Ach, Leute. Was sollen wir denn machen? Natürlich tut mir das jetzt leid, dass wir jetzt wieder Timmy sein Haus gesprengt haben. Aber irgendwann ist doch einfach mal genug. Wisst ihr, ich komm direkt irgendwas im Chat mit HH die Himmelsnoobs und keine Ahnung was. Und, äh, ja. Er war direkt wieder am Sprengen auf jeden Fall. Ich wollte es verhindern. Und vor allem, ihr habt ja gesehen, wie viel TNT da lag, wenn ich das nicht abgebaut hätte. Und er hätte das gesprengt, hätte das einen riesen Schaden verursacht. So, wir fliegen jetzt erstmal zurück, um zu gucken, dass Timmy nicht was an unserem Haus macht. Aber, wie gesagt, Leute. Und dann... Keine Ahnung. Ich halte ihn auf und er geht direkt wieder... Oh, Bö, dein Haus wird brennen. Wow. Super toll. Naja. Leute. Timmy habt ihr jetzt den Server verlassen. Das heißt, er wird wahrscheinlich bei uns nichts mehr gemacht haben. Ich würde mal sagen, hoffentlich hat euch das Video gefallen. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Und wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.